Wann wird geheiratet? Ah, kid. Wenn du das immer weiter aufschiebst, dann werde ich in 15, 20 Jahren aufhören zu fragen. Ich liebe dich. Du weißt doch, dass ich der Richtige für dich bin. Ihre Frau, sie ist tot. Kann ich Ihnen helfen? Wir möchten zu Dr. Chris Calvin. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Solaris Expedition. Hi, Chris. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Und du musst wissen, ich bin noch Ballverstand. Warum schicken Sie keinen Sicherheitstrupp? Haben wir schon. Er ist ein Freund von Ihnen. Wir glauben, wenn es Ihnen gelingt, an Bord des Schiffes zu gelangen, können Sie für Ihre sichere Rückkehr sorgen. Was passiert hier? Wessen Blut ist das? Ich könnte Ihnen sagen, was hier passiert. Aber ob Ihnen das wirklich sagen würde, was hier passiert? Wer ist noch hier? Das wissen wir nicht. Ich finde, es schläft sich wesentlich besser bei verschlossener Tür. Wie kannst du hier sein? Du hast mich gefunden. Ich liebe dich über alles. Das ist nicht deine Frau, sondern dein Traumbild. Es ist ein Fehler, sich emotional auf sie einzulassen. Sie werden manipuliert. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ich bin nicht der Mensch, an den ich mich erinnere. Das ist meine Chance, das anders zu machen. Geh zurück. Zurück auf die Erde. Oder du wirst hier sterben. Ich kann sie nicht zurücklassen. Wir nehmen sie auf keinen Fall mit. Sie lebt. Es ist nicht menschlich und das macht mir Angst. Ich nehme sie mit. Was wollen Sie dagegen machen? Was ist?